Hallo, ich bin Linda Backhaus und stelle dir unser kaltgepresstes Futter Cosmo vor. Unser hypoallergenes, glutenfreies Futter Cosmo zeichnet sich aus durch hochwertige Eiweißquellen, eine ausgewogene Vitamin- und Mineralstoffmischung, den Zusatz von hochwertigen Ölen und Kräutern. Cosmo und Cosmo Mini werden im natürlichen Kaltpressverfahren hergestellt. Was bedeutet Kaltpressung? Beim kaltgepressten Hundefutter werden die Rohstoffe bei der Pressung nicht über 42 Grad erhitzt. Dadurch bleiben Fette, Vitamine und pflanzliche Inhaltsstoffe vollständig und unverändert erhalten und sorgen so für eine bessere Gesundheit deines Tieres. Und was genau ist drin im Cosmo? Hochwertiges, reines Entenfleisch, gemahlener Hering, speziell aufgeschlossener Vollkornreis, Traubenkernmehl liefert uns wichtige Radikalenfänger, Raps- und Lachsöl, ungesättigte Fettsäuren und wichtige Omega-3-Fettsäuren für Gehirn und Nerven. Fermentierte Kräuter unterstützen die Verdauung und die Entsäuerung des Organismus, wie zum Beispiel Mariendistelsamen, Löwenzahn und Fenchel, zur Unterstützung der Nieren, der Leber und des Darmes. Für welche Hunde ist Cosmo geeignet? Unser Futter Cosmo ist ein Vollfutter für alle erwachsenen Hunde ab dem siebten Lebensmonat. Für welche Hunde ist es speziell geeignet? Sehr gut für Hunde mit einer Neigung zur Futtermittelunverträglichkeit wegen der speziellen Eiweiße und für Hunde, die gerne mal ihr Futter verweigern oder zu einer Magen-Darm-Instabilität neigen. Cosmo schmeckt den meisten Hunden besonders auf den kleinen Rassen. Im 5-Kilo-Paket liefern wir Cosmo als Mini, in der kleineren, weicheren Pressung für Hunde mit Kauproblemen oder kleinen Rassen. Cosmo zerfällt sehr schnell im Magen und die spezielle Mischung trainiert die Darmwände, die Nährstoffe werden dadurch extrem gut aufgenommen und der Darm bleibt sauber. Das sorgt für eine gute und geregelte Verdauung und ein gesundes Immunsystem. Was bedeutet das für deinen Hund? Magendarmerkrankungen verbessern sich oder treten gar nicht erst auf. Das Fell wird viel glänzender und der Hund riecht gut. Er hat mehr Energie, ist vitaler und fitter, weniger Durchfälle und weniger Darmgeräusche und vor allem er pupst weniger. Weitere Besonderheiten, unser 5E-Futter wird jede Woche frisch in Deutschland hergestellt. Dadurch haben wir kurze Transportwege und ihr habt immer garantiert knackfrisches Futter zu Hause. Eines noch zum Schluss. Bleibt bitte immer bei einer kaltgepressten Futtersäute. Das sorgt für eine gute Bakterienflora im Darm und wichtig, nur einmal morgens trocken füttern zur Hauptverdauungszeit des Hundes. Haltet euch an die 5E-Ernährungsregeln auf dieser Seite und zweimal im Jahr bitte eine Darmaktivierungs- bzw. Sanierungskur. Bewegt euren Hund, gebt ihm Aufgaben und ab und zu, nicht zu oft, etwas Gesundes für die Zähne zum Kauen. 5E – nur das Beste für deinen Hund Danke fürs Zuschauen!